Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen bei den Schritten durch die Apokalypse. Wir haben im letzten Schritt gesehen, dass Gott uns mit seinen guten Nachrichten erreichen will und uns damit Hoffnung und Zuversicht schenken will. Heute lesen wir einen ganz kurzen Abschnitt. Er will uns zu einer Pause im Alltagsgetriebe einladen. Wir lesen Kapitel 1, den ersten Teil von Vers 10. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Eine Expedition war durch einen dichten Dschungel unterwegs. Der Leiter der Gruppe wollte in einer bestimmten Zeit die Strecke bewältigen. Nach einigen Tagen ständigen Marschierens streikten die Träger. Sie luden ihre Lasten ab und setzten sich nieder. Als sie aufgefordert wurden, weiterzugehen, sagten die Träger, wir bleiben hier, bis unsere Seelen nachgekommen sind. Das Tempo und die Informationsdichte in unserem Alltag haben zugenommen. Fast jeden Tag liest und hört man von Stress und Burnout. Die Hälfte aller Krankenstände soll schon auf psychische Überlastungen zurückgehen. Auch Johannes lebte in einer schwierigen Situation. Wenn man gefangen und verbannt ist, kann das sehr bald zu Problemen führen. Der Apostel wird wohl jeden Tag sein Leben Gott anvertraut haben. Aber er erwähnt einen Tag in der Woche, an dem er eine besondere Gemeinschaft mit Gott hatte. Er spricht vom Tag des Herrn. Wörtlich sagt er, es ist der Tag, der dem Herrn gehört. Das war der wöchentliche Ruhetag. In der Bibel wird berichtet, dass es diese besondere Zeit seit der Schöpfung der Welt gibt. Gott ruhte, segnete und heiligte den siebenten Tag. In den Zehn Geboten wird der Ruhetag erwähnt. Dort steht Gedenke des Sabbatages. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Gott setzt eine Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Der biblische Ruhetag reicht von Freitag, Sonnenuntergang, bis Samstag, Sonnenuntergang. Die anderen Wochentage waren Arbeitstage und wurden nummeriert aufgezählt. Den Sonntag nannte man den ersten Tag der Woche. Der Freitag war der sechste Tag oder Rüsttag, weil man sich an diesem Tag auf den Ruhetag vorbereitete. Der Samstag war der Tag des Herrn oder der Sabbat-Tag. Jesus betonte den Sinn und die Gültigkeit des Ruhetages. Es ist heilsam, am Ruhetag oder vor dem Ruhetag die Arbeit sein zu lassen, die Informationsflut zu stoppen, die Sorgen Gott zu übergeben und diesen Tag mit seinen Freunden und mit der Familie zu genießen. Das kann eine Vorbeugung gegen stressbedingte Krankheiten sein. Wir brauchen Ruhe von starker körperlicher, aber auch geistiger Arbeit. Es ist eine Zeit, in der wir, so wie Johannes, Gott besonders begegnen und dabei erfahren können, dass wir in ihm geborgen sind. Am Ruhetag erhielt der Apostel Johannes die gesamte Vision, die ihm deutlich machen, dass Gott einen Plan mit ihm und der Welt hat. Heute lade ich sie wieder ein, mit mir zu beten und diesem Gott zu danken. Der möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Herr Jesus, danke, dass du mich einlädst, auszuruhen und loszulassen. Danke, dass ich an deinem Ruhetag meine Gedanken auf dich ausrichten darf. Danke für die Zeit, die du reserviert hast für meine Erholung, für meine familiären und freundschaftlichen Beziehungen und vor allem für die Begegnung mit dir. Amen. Im nächsten Schritt werden wir erfahren, wie Johannes die Vision, die er bekommen hat, weiter verbreiten sollte. Wir werden uns deshalb über die Entstehung und die Verbreitung der Bibel Gedanken machen. Ich freue mich auf diesen nächsten Schritt und lade Sie ein, wieder dabei zu sein. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Schritt.